ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde jetzt wieder ein testvideo von mir wir schauen uns mal den artikel shock attack aus dem nidl-discounter für 19,99 absolut lohnenswerte batterie die ist top ich habe sie damals schon immer im netto käuflich erwärmen können im alten netto jetzt gibt es sie halt im nidl ja ist auch eine xxl cake mit schönen kräftigen zerlegern und guten effekt cocktail sage ich mal so für 19,99 absoluter ja das ist eine absolute kaufempfehlung ist ein mitnahmeartikel den ihr unbedingt mal testen solltet ja aber schaut euch mal selber das video an und dann könnt ihr entscheiden shock attack weg es ist nicht mei es ist nicht mei es ist nicht mei Das war's für heute. Das war's für heute.